Und ich sag mal so, wenn das jetzt hier Erwachsensein ist, dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, dann muss ich sagen, Erwachsensein ist ja absolut lächerlich. Ich habe ja völlig zu Unrecht damals Erwachsene respektiert. Erwachsene sind ja einfach nur Kinder mit Geld. Oder mit Schulden, je nachdem wie es läuft. Ich dachte immer so, man ist erwachsen. Jetzt denke ich mir so, ja okay, aber wann werde ich denn erwachsen? Wann habe ich denn so ein Handy mit so einer Klapphülle? Das ist ja schon so, oder? Die kriege ich mir schon so ab 50 vom Staat zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihre Klapphülle. Ich habe mich immer gefragt, warum Leute so eine Klapphülle haben. Aber ich glaube, man versuchte, das Gefühl des Bücherlesens in die neue Zeit rüber zu retten. Vielen Dank. Vielen Dank.